Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen legt der Hochsommer nochmal eine Verschnaufpause ein. Bei Tageshöchstwerten um die 20 Grad bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Mit Niederschlägen ist jedoch nicht zu rechnen. Ab Mittwoch erwartet uns für die kommenden Tage ein stabiles Hoch. Bei 15 Sonnenstunden klettert das Thermometer schon wieder bis auf 25 Grad. Diese Wetterlage bleibt uns dann auch am Donnerstag erhalten. Keine Wolke ist am Westsachsenhimmel zu sehen. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 30 Grad. Am Freitag wird es dann noch etwas wärmer. Die Temperaturen knacken dann schon wieder die 30 Grad Marke und die Sonne strahlt den ganzen Tag über von einem stahlblauen Himmel.